Drogen waren ihr Verhängnis. Sind sie auch ein Junkie? Doch die brachten sie nicht um. Also, für mich sieht das nicht nach Unfall aus. Muss dieser Bulle gewesen sein, der ist total durchgeknallt. Was ist denn für ein Bulle? Der, der seine Tochter sucht. Amelie hatte den Stoff von Ellen. Matthias hat es vielleicht rausbekommen, weißt du was das heißt? Ich weiß, was ich tue. Da bin ich mir nicht so sicher. Unbestechlich. Der Tatort. Freitagabend im Ersten.